Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas für einen Podcast Episode 176. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Was wollte ich denn eigentlich alles erzählen? Ach Gott, ja, natürlich, das ist schon wieder so lange her, Montag. Die Arbeitswoche war total chaotisch. Am Montag war ich im ganz normalen Büro. Ich hatte Frühdienst, wie so häufig, das heißt um sechs Uhr da sein. Und auf einmal so gegen halb sieben, Viertel vor sieben, hörte ich auf einmal Stimmen auf dem Flur. Ich denke, sind die Kollegen schon da, wie ungewöhnlich. Und dann stellt sich raus, es waren die Handwerker. Wir kriegen nämlich, bei uns wird an der Klimaanlage gearbeitet vom Serverraum. Und noch von einigen anderen Zimmern, die jetzt dann zum Teil eine neue Klimaanlage kriegen sollen oder die alte wird ersetzt und so weiter. Und deswegen ist da gerade ziemlich Baustelle bei uns. Und die haben nun auch einen Schlüssel und hatten dann eben sich verabredet morgens um sieben mit der Kernbohrfirma, die also, ja, wir wollen nur schnell was bohren. Und dann haben die also denen gezeigt, wo sie was brauchen an Löchern. Ja, und natürlich auch bei mir im Büro, ja, da war an Arbeit relativ wenig zu denken. Also es ging, die sind ja, sind wirklich sehr rücksichtsvoll. Ich kann bei uns im Büro natürlich auch ausweichen. Ich kann mich auch einfach an einen anderen Schreibtisch setzen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber es war natürlich trotzdem laut. Und vor allen Dingen haben wir jetzt in unserem Studio, also in unserem Sprecherraum, da mussten sie an zwei Stellen in der Wand ein Loch zum Flur hin machen. Das heißt, ich muss jetzt also nicht nur darum bitten, dass sie kurz ihre Bohrarbeiten einstellen, wenn ich was aufnehme. Sondern ich muss dann auch noch sagen, Entschuldigen Sie, Sie dürfen sich aber hier bitte auch jetzt gerade nicht unterhalten, weil Sie sonst auch auf der Aufnahme sind. Aber da haben die vollstes Verständnis für. Die gehen dann halt an Rauchen auf den Balkon oder gehen runter zum Auto, holen noch Material, was sie jeweils brauchen. Das hat dann auch funktioniert. Das war halt irgendwie alles, ach, das war so wahnsinnig laut. Und so, ach, das hat mich den Tag über sehr beschäftigt. Zumal dann, eigentlich wollte ich um zwölf Feierabend machen, weil wir noch was vorhatten nachmittags. Das hat alles nicht geklappt, weil dann noch irgendwie aktuell ein Thema reinkam, was noch bearbeitet werden musste. Und natürlich hat es irgendwie bis um fünf Minuten nach zwölf gedauert und da war der Zug natürlich gerade weg. Der nach Hause fahren sollte, bin dann also um 13 Uhr am Bahnhof gewesen. Der Zug fuhr auch pünktlich, das war alles prima, nur war der so rappelvoll. Das ist ja die Strecke Hamburg-Westerland. Das heißt also, alle, die nach Sylt wollen und nicht das Auto mitnehmen, die fahren halt mit dem Zug. Und in diesem Fall waren halt mindestens drei Schulklassen. Allein vorne in dem Bereich Feiererste Klasse. Weil ich gesagt habe, der Zug könnte möglicherweise immer wahnsinnig voll sein. Also nehme ich lieber einen, das auf mich, dass ich halt mehr fürs Ticket bezahle, damit ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass ich einen Sitzplatz kriege. Sagen wir es mal so, die Tür ging auf an der einen Stelle, wo ich war. Da standen fünf Leute mit irgendwie 30 Koffern in diesem Stück hinter der Tür, wo es also nach rechts und nach links in die Abteile abgeht, in die Großraumabteile. Und die eine Frau schnauzte schon gleich jemanden an, der vor mir stand, der noch nicht mal sich bewegt hatte. Die Tür ging einfach nur auf und der hat noch nicht mal Anstalten gemacht, sich zu bewegen. Und sie pöbelt aus dem Abteil raus. Jetzt lassen wir erst mal hier die Leute aussteigen, die raus wollen. So geht es nämlich jetzt hier schon mal los. Das war für mich schon Grund genug, die andere Tür zu benutzen. Da saßen irgendwie acht oder neun Teenies auf dem Boden, hinter denen irgendwie zehn Taschen gestapelt. Und die eine guckte mich so an, so hier ist voll. Ich so, nee, ich steige jetzt trotzdem ein. Natürlich, es gab wirklich keine Sitzplätze mehr. Also wirklich keine Sitzplätze im Sinne von auf zwei Sitzplätzen saßen drei Kinder. So voll war es. Und auf dem Boden mussten auch noch welche sitzen. Irgendwo da drin in diesem Pulk war auch die Dame mit dem Imbisswagen. Wir haben so einen Snackwagen, wo man so Schokoriegel und Getränke und so ein Kram kriegt. Die soll eigentlich immer durch den Zug gehen. Und die war halt jetzt in diesem Pulk von Kindern stecken geblieben. Winkte mir nur zu und zuckte mit den Schultern. Weil man kennt sich ja dann mit der Zeit auch und wir schnacken immer mal ein bisschen. Also es war an und für sich, die Laune war gar nicht so schlimm. Ich hätte halt gerne gesessen. Aber andererseits habe ich mir auch gedacht, komm, 25 Minuten kannst du auch mal stehen. Es war halt so insofern ungünstig, als ich musste halt mitten in diesem, nennen wir es mal Raum stehen, wo ich also rechts und links keine Möglichkeit hatte, mich festzuhalten. Das war ein bisschen anstrengend. Aber die Teenies waren völlig in Ordnung. Natürlich waren die laut und die haben sich da in dem Großraumabteil, die sind da über die Sitze geklettert, haben sich geprügelt und sonst wie war es. Die Lehrer haben sich da nicht so richtig für interessiert. Aber im Wesentlichen war das eine völlig normale Klassenfahrt. Da, wo ich war, waren sie alle zivilisiert. Und dann wurde es nur ein bisschen hektisch, als wir dann nach Husum reinfuhren, weil nämlich da der Ausstieg auf der linken Seite ist und da hatten sie halt sämtliche Taschen und Koffer, die gerade irgendwo und irgendwo anders hinpassten, hatten sie gegen die Tür gestapelt. Und ich sagte, Leute, hier müsst ihr euch jetzt irgendwas einfallen lassen. Erstmal müssen wir da raus und wir müssen da aussteigen. Und zum anderen fallen gleich eure Taschen auf den Bahnhof. Und da guckt mich einer an und sagt, können Sie nicht eine andere Tür nehmen? Ich sage, wollen wir da mal gemeinsam drüber nachdenken. Guck mal hier den Gang, wie soll ich denn da durchkommen? Ja, da kann man die anderen Leute klettern, doch auch hier über unsere Mitschüler. Ich sage, ja, das ist alles schön und gut. Aber dann komme ich genau bis zu der Dame da vorne mit dem Dutt. Siehst du die? Die hat diesen Snackwagen. Da ist dann kein Durchkommen mehr. Das geht nicht. Ja, na gut. Okay. Und dann stand er aber da völlig verpeilt im Pubertätsnebel, bis ich dann gesagt habe, okay, du machst jetzt mal hier die Tür auf und dann schieben wir erstmal alle da die Koffer in den Gang, soweit es geht, damit wir hier so einen kleinen Durchgang erwischen, wie wir rauskommen. Und ihr zwei haltet dann hier die anderen Koffer fest, damit die nicht rausfallen. Und dann wird es wohl irgendwie gehen. Und dann fingen auch an, sich irgendwelche Lehrer im Abteil in Bewegung zu setzen, die dann irgendwie meinten, sie müssten da noch durchkoordiniert sein. Nein, wir haben alles schon geregelt. Gucken Sie, dass diese Koffer nach hinten verschwinden, dass wir hier vorne Platz haben. Himmel. Naja, aber es ging dann auch und es war auch alles in Ordnung, aber war ich durch am Ende. Das brauchte ich nicht. Na, dann war ich natürlich, Dummheit am Dienstag ist das nächste Stichwort. Ich hatte mich für eine Fernsehschicht eingetragen, beziehungsweise für zwei, und hatte mir aufgeschrieben, Dienstag und Mittwoch sind diese Fernsehschichten. Sollte also nach Kiel fahren, 12 bis 20 Uhr, Entschuldigung, hier sind Kohli runtergefallen, 12 bis 20 Uhr da mit beim Schleswig-Holstein-Magazin helfen. Und das war auch alles soweit in Ordnung, bis ich am Schreibtisch saß und an den Kollegen reinkam und sagte, du bist heute gar nicht dran, sondern morgen. Ja, stellt sich raus, ich habe den Donnerstag-Termin, den ich eigentlich angenommen hatte, auf Dienstag eingetragen in meinem Kalender. Das heißt, ich war an dem Tag dann arbeitslos und saß halt in Kiel für nichts. Da war natürlich auch sonst nichts weiter zu tun. Also ich habe dann noch irgendwie ein bisschen Verwaltungskram gemacht und habe noch irgendwie Bescheid gesagt allen Redakteuren vom Dienst, wenn ihr was braucht, ich bin da und ich kann so ungefähr bis 15 Uhr was für euch machen. Naja, es kam halt nichts mehr. Aber ich hatte so ein paar Sachen, die ich da erledigen konnte. Das war ganz gut. Und bin dann halt früher nach Hause gefahren, als ich gedacht hätte und konnte so noch ein paar Sachen regeln, denn ich musste dann den Rest der Woche in Kiel bleiben, weil ich halt Mittwoch 12 bis 20, Donnerstag dann ab 5 beim Radio und ab 12 wieder beim Fernsehen und Freitag auch wieder ab 5 beim Radio war. Was war denn da? Achso, genau, ich musste vorher noch ein paar Sachen aufnehmen, nämlich das Nord-Süd-Gefälle. Das erscheint am 15. Das ist ja heute Sonntag, wenn diese Folge auch erscheint. Die kommt also um 12. Und den High-Alarm-Podcast, den haben wir jetzt am Freitag aufgenommen, der erscheint am 20. Das war eine richtig schöne Folge. Wir hatten Mordspaß mit Sharknado 5. Das lohnt sich, da mal reinzuhören. Und am Dienstag, den 17. erscheint ja auch die neue Folge von What's in Your Pants. Und das ist die Live-Episode, die wir aufgenommen haben bei der digitalen Woche Kiel. Da gab es ja einen Podcast-Tag, den Daniela und Christoph organisiert hatten vom ESC-Schnack und wo ich auch ein bisschen Technik-Kram hingetragen habe und wo wir einen schönen, angenehmen Tag hatten. Ich hatte auch schon mal davon erzählt. Müsst ihr mal gucken. Ich verlinke die Episode, wo ich darüber sprach, nochmal in den Shownotes unter ähnliche Episoden. Und da bei diesem Tag ist eben auch eine Live-Episode von What's in Your Pants entstanden. Sie ist nicht ganz so eine totige Nummer geworden wie auf dem Podstock, was mutmaßlich daran lag, dass das Publikum kleiner war. Aber vor allem, wir haben nämlich, Tobi und ich haben kritisch auf die Podstock-Folge geguckt. Die war für das Publikum zwar total schön zum Mithören und zum Erleben und es war wirklich witzig und wir hatten alle einen Mordspaß. Aber die funktionierte halt nur für diejenigen, die es auch sehen konnten. Für die Leute, die wirklich nur auf Audio angewiesen sind oder uns nur im Audio abonniert haben, die hatten da nicht so richtig viel von. Da haben wir jetzt mal ein bisschen mehr drauf geachtet. Und das heißt natürlich aber andererseits auch, dass es dann fast eine normale Podcast-Episode geworden ist. War auch witzig, hat auch einen Mordspaß gemacht, aber nicht ganz so ein Brüller wie die vom Podstock. Aber trotzdem gut, ohne Frage. Ja, also jetzt dann von heute an wahnsinnig viel Podcast-Produktion, die von mir in euren Podcatcher geschwemmt werden. Das wird super. Und das war es eigentlich im Wesentlichen schon. Freitag Abend habe ich mich noch relativ spontan mit Sönke und seiner Frau getroffen. Sönke vom Camping Caravan Podcast. Die haben sich irgendwie in Husum rumgetrieben und haben gefragt, ob ich ein griechisches Restaurant empfehlen könnte. Und hier bei uns um die Ecke ist halt direkt eins. Wo ich gesagt habe, ja, geht doch da hin. Wir haben aber keine Zeit, meine Frau und ich, weil wir so viel Hausarbeit haben. Beziehungsweise ich habe viel Hausarbeit. Und meine Frau sollte noch dienstlich los. Und ich habe mich dann doch breitschlagen lassen, zumindest auf ein Bier vorbeizugucken. Und aus diesem Bier wurden zwei. Und auch ein kleiner Gyros-Teller stand auf einmal bei mir mit auf dem Tisch. Und das war ein richtig toller Abend. Wir haben, ich würde mal sagen, so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden, wo wir uns richtig nett unterhalten haben und schön zusammengesessen haben. Es war richtig, richtig toll. Ein schöner Abend. Sehr, sehr nett. Habe mich sehr gefreut, dass das so spontan einfach mal so zusammenpasst. Das war richtig gut. Sehr, sehr gefreut habe ich mich auch über ein Paket, was ich bekommen habe von Martin. Der hat mir nämlich von meiner Amazon-Wunschliste einen Film geschickt, den ich da schon eine ganze Weile draufstehen hatte. Und der war auf einmal unverhofft in der Packstation. Und das war natürlich eine hervorragende Überraschung. Vielen Dank dafür. Das war toll. Auf einmal kriegst du die SMS und ihre Sendung ist da in der Packstation. Ich denke so, was, welche Sendung? Was habe ich denn bestellt, um Himmels Willen? Weil die Sachen, die ich bei Amazon so in der Vorbestellung habe, da weiß ich halt, dass die jetzt im Augenblick erst mal nicht kommen könnten. Da hätte ich ja informiert werden müssen, wenn sich der Liefertermin geändert hätte. Und dann war es natürlich doppelt schön, wenn man dann etwas von der Wunschliste bekommt. Und da ist dann noch irgendwie ein nettes Kärtchen dabei. Das ist ja keine Karte, die Amazon dazu legt. Das ist ja mehr so ein Zettel. So ein Stückchen Thermopapier, wo dann da eine Nachricht drauf gedruckt ist, die man selber eingeben kann. Vielen Dank dafür. Das hat mich sehr gefreut. Ja, viel mehr habe ich gar nicht diese Woche, weil vor lauter Arbeit, ich habe eigentlich gar keine Zeit gehabt, irgendwas zu erleben, ehrlich gesagt. Das ging gar nicht. Und insofern bin ich mal gespannt, was ich euch dann nächste Woche erzählen kann, wenn es wieder heißt, Jörn Schaas Feiner Podcast, dann in der Episode 177. Und das ist ja dann auch schon die letzte vor der Subscribe in München. Da freue ich mich auch enorm drauf, denn das ist ja so eine Podcaster-Konferenz, wo es auch so ein bisschen um Entwicklerthemen geht, so ein bisschen technisch wird, wo also wirklich so im Unterschied zu Podstock ist, dass halt wirklich mehr ein Arbeitstreffen, was da in München passiert. Aber es findet halt statt in den Räumen des Bayerischen Rundfunks. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich war da vor tausend Jahren mal zu einer Studio-Führung und wir sind jetzt aber in den Konferenzräumen und können da, also da gibt es dann verschiedene Workshops und so weiter und so fort. Und das Aufregendste an der ganzen Geschichte ist, dass ich mit dem Nachtzug anreisen werde. Ich habe gedacht, ich mache mal Abenteuerreise und habe mir ein Ticket gebucht für den Nachtzug. Der fährt am Donnerstagabend um, ich glaube, zehn nach acht in Hamburg-Altona los und ist dann morgens um sechs, halb sieben sowas in München. Und da freue ich mich drauf, weil alleine die Anreise im Prinzip dann schon eine Podcast-Folge werden wird. Also ich habe ganz oben auf meiner Packliste steht Fahrkarte, Aufnahmegerät und Batterien. Und erst dahinter kommt alles andere, was man sonst noch so mitnimmt. Das wird also ganz großartig werden. Und auf der Rücktour bin ich dann mit Christoph unterwegs vom ESC-Schnack. Und da werden wir dann sozusagen den zweiten Teil der Episode 178 dann aufzeichnen. Wenn wir ein kleines Fazit ziehen von unserem Aufenthalt dort und von der Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich ganz enorm drauf, weil es auch einige Leute gibt, die ich da endlich mal wieder sehe. Und ich weiß auch, dass ich dort dann wieder Leute kennenlernen werde. Und möglicherweise treffe ich auch die ein oder andere Potsdok-Nase, für die ich nicht so richtig Zeit hatte, als Potsdok war. Und auch sowas gibt es ja. Also ich habe das ja, das ist ja das, was ich, ich möchte fast sagen, bemängelt habe an meinem Aufenthalt bei Potsdok, dass ich mit ganz vielen Leuten eigentlich so gar nicht gesprochen habe, weil es irgendwie sich nicht ergeben hat. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen oder ich, dass ich das hinkriege, dass ich da so ein bisschen mehr Zeit habe, mich mit Leuten auch mal hinzusetzen und zu sagen, so Scheiß auf das Workshop-Programm und was auch immer wir hier noch alles haben. Jetzt wollen wir doch mal sehen, dass wir hier ein gutes Gespräch führen. Denn das ist ja im Prinzip das, was wir, was wir Podcaster auch sehr gerne machen. Zumal da auch schon angedacht ist oder terminiert ist. Es wird im Nachgang zu dieser Meta-Folge, die ich gemacht habe, zum Thema Monetarisierung, werde ich mit den Jungs von Hör doch mal zu und mit Martin Rützler vom Sendegarten eine Crossover-Episode machen zum Thema Monetarisierung von Podcasts. Da wird es, wir haben da noch nicht so richtig drüber gesprochen, worum es inhaltlich gehen soll, aber ich glaube, wir werden einfach das Thema nochmal aufgreifen und nochmal von ein paar anderen Seiten beleuchten und mal gucken, was da noch so drin steckt und was das alles für uns auch persönlich bedeuten kann. Wo vielleicht auch der Trend hingeht. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, worüber ich mir mal Gedanken machen möchte in diesem Rahmen. Was heißt das eigentlich, dieser zunehmende Trend zur Monetarisierung, zu der freien Podcaster-Szene? Wenn jetzt alle in Anführungszeichen oder wenn eine kleine, aber laute Minderheit jetzt anfängt, sich zu professionalisieren in Anführungszeichen und zu monetarisieren, was bleibt denn da für uns andere, die wir das nicht wollen, an Marktanteil übrig? Das ist so ein Punkt, den ich glaube ich in diese Diskussion einbringen möchte. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich aber schon viel mehr erzählt und entgegen meiner selbst gesetzten, ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich möchte nichts mehr versprechen, was ich dann vielleicht nicht halten kann, aber das sind alles Sachen, die schon eingestiehlt sind. Insofern, mal gucken, wird wohl klappen. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dann, tschüss. Untertitelung. BR 2018